So und damit Willkommen zurück zu Farmer Live Simulator. Ich bin der Farmer frei zur Ernte, ja. Und möchte jetzt die Avocado Bäumchen ernten, die ich gestern gepflanzt habe. Mittlerweile haben wir ja so ein tolles Beregnungssystem und ein Düngesystem, wo wir automatisch jetzt alle Pflanzen, die wir hinpacken in die Erde, für lau gedüngt bekommen und bewässert natürlich auch. Und das ist eine super Sache. Gestern habe ich nur Avocados angebaut, von daher brauche ich auch nicht großartig Preise vergleichen oder mir die Preise merken. Also einen Preis kann ich mir dann doch noch im Kopf behalten. So, alles geerntet. Dann auf in die große Stadt. Schauen wir mal, wie die Preise für Avocados sind. Avocados hatte ich vorher noch nicht angebaut. Ich glaube, zuvor hatte ich Orangen angebaut, Paprikas sowieso, Peperonis, Tomaten, Äpfel, Ah, und Birnen. Birnen hatten wir auch gehabt. Die hatten, glaube ich, auch einen guten Preis erzielt. Heute fahren wir mal hier durch. Hier um das Wohngebiet auf der Seite bin ich zumindest noch nicht lang gefahren. Was ist das da hinten für eine Farm? Mal ganz kurz auf der Map schauen. Wird mir leider nichts angezeigt. Schade. Aber da ist doch eine Farm. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie die Preise für Avocados sind. Bleibt doch stehen hier. Ähm, Avocado 91. Hm. Könnte besser sein, oder? Keine Ahnung. Okay, dann gucken wir jetzt noch zum anderen Händler. 91. Oh, äh, nicht den Zaun umfahren. Hm. Hier wachsen ja noch Blumen. Ich bin zu schnell. Die Sparne nicht so, wie ich hier vorbei brause. Aussteigen. Gucken wir mal. Avocado. Was hatte ich gesagt? 91. Hier 99. Dann machen wir es hier. So, Katsching. So, unsere Reputation steigt und steigt. Wenn es so weiter geht, kann ich mir bald alle Pflanzen leisten. Beziehungsweise habt ihr die Erlaubnis, sie zu erwerben und anzubauen. Katsching. 810. Dollar. 909. 1.008. 1.107. Dankeschön. Für ihr Geld. Ach, nicht aussteigen. Außenansicht. Moment. Wie war unsere Hungerleiste? Ich hol mir mal schnell noch was zu essen hier. Ein Schleichweg. Er bietet sich ja an hier. So, danke. 5 Dollar für Sie. Ich hätte auch Trinkgeld gegeben. Da. 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 Spring. Ein bisschen sprinten. Wenn ich jetzt 600 Dollar ausgebe, könnte ich noch eine Parzelle holen. Ich brauche erstmal wieder 9 Kisten. Nein. Wir nehmen 12 Kisten. Wir holen die Parzelle auf jeden Fall. 5. 10. 1-2-5-6. 5. 7. 9. 11. So, aufs Steigen. Also 12 Kisten. Eins. Ach komm, die drehen wir mal vernünftig. So, Nummer 8. Nummer 9. So, letzte Kiste. Für 2 Reihen hatten wir noch Pflanzen. Also brauchen wir jetzt nur 5 Kisten. Passionsfrucht. Geht nicht. Okay, wie sieht's da aus? Karambola Pflanze. Okay. Das reicht, das reicht. Ich brauche ja nur jetzt noch 3. Das reicht ja. So. Und 2 haben wir ja noch. Okay. Passt perfekt. Außenansicht an Karambola Pflanzen. Was sind das für Dinger. Dann. Basically. Bis zum nächsten Mal. Dann. 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 die kurve war wieder schlimm so dann würde ich sagen ich bleibe hier zu stehen kauf erst mal diese erste Portzelle dann kann ich die schon mal einpflanzen so und dann fangen wir von hier hinten an hinsetzen da Carambola Carambola ja oh Gott es ist schon wieder noch so früh und nicht mehr so viel zu tun da 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 so dann verteilen wir mal noch die Kisten für die Ernte morgen na greif doch zu da es ist es ist erst 16 Uhr lala tiralala oder so Wir werden sowas von fetten Gewinnmurken machen. 16 Uhr. Ach man. Es ist noch Haufen Zeit über. Das gibt's doch alles nicht. 17 Uhr und die Zeit will einfach nicht vergehen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Okay, was können wir mal noch machen? Warum leuchtet hier ständig mein Rückfahrscheinwerfer? Ach, nicht aussteigen. V drücken. So, eigentlich jetzt. Ach so, weil durchs Bremsen der kurz wechselt. Ich habe es verstanden. Und es ist immer noch 17 Uhr. Verdammt. zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen. 500 Dollar. Dollar, Dollar, Dollar. Gepflanzt, Carambola. Gepflanzt, Carambola. 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 Du, 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 du. Hm. So, 18 Uhr. Die, 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 die. Komm, Zeit, geh vorbei. Los, los, Zeit, geht vorbei. Jeder Tag ist gleich in diesem Spiel. So, wir waschen uns mal. Ach, Quatsch. Wir waschen uns nicht die Hände. Wir gehen aufs Klo. Ich würde schon sagen, ich wasche mir jetzt die Hände hier in in der Toiletten-Schüssel. Nee. So, ach, äh, 19 Uhr. Wir können schlafen gehen. Ähm. F. So, so. Machen wir uns mal auf, das Auto voll zu laden. So. Carambola, Früchte, Carambola. Ich weiß nicht was. Ist das, Sternfrucht? So. So ein bisschen sieht's ja aus. Irgendwas ist ein viereckiger Stern. Was ist das für eine Frucht? Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Einfach alles ernten. Und hier hatten wir auch Orangen noch gehabt. So. Äh, das waren, glaube ich, Avocados noch. So. Das ist mal eine schöne Lieferung. Vielleicht sparen wir doch nicht auf die nächste Parzelle. Oder doch, ich glaube, die nächste Parzelle muss sein. Aber hier erstmal Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, bye, 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 bye,